Hallo und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich einen Hindernislauf für euch vorbereitet. Ich habe als Gegenstand heute ein Kissen, aber ihr könnt natürlich noch zahlreiche andere Gegenstände dazu nehmen. Und dann müsst ihr diesen Parcours aufbauen, indem ich jetzt zum Beispiel das Kissen vor mich liege. Dieser Parcours muss natürlich auch überwunden werden. Zum Beispiel, wenn ihr normal drüber lauft. Oder mit einem Bein. Und mit einem anderen Bein. Oder sogar rückwärts. Da könnt ihr natürlich ganz kreativ werden. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.